Hallo, hallo, hallo. Heute wieder aus meinem Trainingskeller. Es ist, wie viel haben wir denn eigentlich? 9.30 Uhr und am Morgen, sieht man draußen, ist so hell, und ich habe Lust auf Sport, muss ich mal wieder machen, denn zwei Tage sind schon wieder rum, da habe ich nichts gemacht. Käse, ja, deswegen heute Training im Sportkeller, ein bisschen Workout, mal gucken, ein bisschen Boxen und so im Käse, und dann kommen wir schon weiter. Also, nach dem Intro geht es direkt in die Musik. Bis zum nächsten Mal. 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 So. Das war mein heutiger Sportvlog. Bisschen Workout gemacht, zwischendurch ein bisschen geboxt. Hier mit den Gewichten nochmal, paar Sit-Ups am Schluss und mit Medizinball. Knaller. Das könnt ihr auch ohne Gewicht und Medizinball geht alles, müsst euch nur bewegen. Runter vom Sofa, Sport machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.